Ja hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen aber feinen Special zu Star Trek Online zum First Contact Day. Ja erstmal alles Gute. Wie ihr wisst ist es ja offensichtlich in wenigen Jahren schon so weit, dass uns der erste Kontakt mit den Vulkaniern bevorsteht. Wie dieser ablaufen kann seht ihr in diesem kleinen Video-Ausschnitt da oben, wobei ich persönlich hier eine klitzekleine Hoffnung hege, wenn dies dann in Bozeman, Montana oder anderswo tatsächlich noch zu unseren Lebzeiten passieren sollte, dass der Ablauf ein kleines bisschen anders sein wird als in diesem Video dargestellt. Ihr fragt euch vielleicht warum. Das wird sich in wenigen Sekunden aufklären, was ich damit meine. Der gute Sefram Cochrane, tja er kriegt den vulkanischen Gruß nicht hin, aber er kriegt hin mit der Wumme den Vulkanier über den Haufen zu schießen. Und dann wird das vulkanische Schiff gestürmt. Die Geburtsstunde des Terranischen Imperiums im Spiegeluniversum. Ja, soweit dieser kleine Einblick, wie es am besten nicht laufen sollte, aber wer weiß. Vielleicht werden wir es dann, wann war es doch gleich, 2068 oder so noch erleben oder früher oder später warten wir es ab. Gut, also allen ein Happy First Contact Day und natürlich hat auch Star Trek Online hierzu etwas zu bieten. Wie auch schon in den letzten Jahren gibt es hier ein Event, wo man halt auf einem Testgelände ein Modell der Phoenix Rakete nachbaut. Und wer das am besten schafft, der gewinnt diesen Event, weil dessen Rakete am höchsten fliegt. Ja, das sieht dann so aus wie in diesem kleinen Video, was ihr da oben in der Ecke seht. Mit fetziger Musik eigentlich eine ganz spaßige Geschichte. Schade nur, dass an diesen Events nicht großartig etwas geschraubt wird. Ja, Event gewonnen, würde ich mal sagen an dieser Stelle. Ja, und natürlich gibt es da dieses Jahr auch etwas zu gewinnen. So wie eigentlich immer, wer sich noch erinnert, es gab zum Beispiel mal Saffram Cochran's Schrotflinte. Die gibt es da dieses Jahr nicht. Möglicherweise könnt ihr aber mit den aktuellen Eventmarken euer Altersprojekt noch füllen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich werde auch aus Zeitgründen dieses Jahr an dem Event nicht teilnehmen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch da mal ein bisschen informieren. Ja, 5. April, Tag des ersten Kontakts, an dem die Menschen ihr erstes Treffen mit den Vulkaniern gedenken. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, ob in dieser oder in anderer Art und Weise. Ja, auch dieses Jahr weiß eigentlich kein Mensch, wohin Saffram Cochran hier mit den zwei Fingern deutet oder wohin er die gerne irgendwo schieben möchte, weil sich das außerhalb des Bildausschnittes befindet. Aber da kann sich natürlich jeder so ein bisschen seine eigenen Gedanken machen. Gut, okay. Also der Event, der hat gestern aber schon begonnen um 17 Uhr und läuft bis zum 11. April. Und zu einem etwas anderen Zeitraum auch für Xbox One und Playstation 4. Und ja, die Teilnehmer sind eingeladen nach Bozeman, Montana zu kommen, um diesem Event beizuwohnen. Da bekommt ihr dann die dementsprechenden Marken. Da könnt ihr dann einmal täglich die Rakete fliegen lassen. Ja, wenn die Warteliste für den ersten Kontakt abschließt, dann erhält man eben einen besonderen Gutschein für ein Saffram Cochran Gedenk-Hologramm. Begrenzt auf einen pro Tag und Charakter. Also da muss man nur einmal teilnehmen. Und man muss mindestens vier Hologramme bekommen, um eine besondere Ereignispreisliste zu erhalten. Und da ist einmal ein Captain-Spezialisierungspaket drin, dann eine Spielzeugrakete und ein Holoemitter für das Phoenix Shuttle. Das hat es auch die letzten Jahre schon immer gegeben. Aber diesmal gibt es eine Replika der Thompson-Maschinenpistole dazu. Die haben wir doch hier auch irgendwo. Da ist sie. Natürlich entsprechend abgedatet für die aktuelle Spielzeit. Ich bin mal sehr gespannt, was denn dieses Maschinengewehr oder diese Maschinenpistole dann hergeben wird. Die Schrotflinte hatte ja auch durchaus schon ihre diversen Vorzüge. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir demnächst vielleicht diese Waffe auch in einer Phoenix-Kiste bzw. über die Preisgutscheine aus den Phoenix-Kisten werden erhalten können. Der Nachteil dabei ist, dass es jeweils nur für einen Char und wenn ihr hier das Projekt dementsprechend abschließt, bekommt ihr eine Freischaltung für alle Chars. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund für ein Special. Ich würde doch dieses Video nicht Special nennen, wenn ich euch nicht noch ein bisschen was anderes zu erzählen hätte. Ihr wisst vielleicht oder habt schon gesehen, dass es ja hier eine dementsprechende Star Trek Online Roadmap gibt. Zum Thema Mirror of Discovery, Age of Discovery ist ja schon abgeschlossen. Das kennt ihr, könnt ihr die Mission noch aufrufen. Entweder mit einem Discovery-Char durchspielen in der damaligen Zeitlinie oder eben mit einem Char aus der aktuellen Zeitlinie als historische Simulation. Das Ganze wurde weiterentwickelt mit Mirror of Discovery, wo es ja nun so ist, dass das Spiegel-Universum in die aktuelle STO-Zeit eingefallen ist und dort eben denn bezogen auf Star Trek Discovery die Storyline weiterentwickelt wurde. Und ja, so die Geschichten März, April, die sind ja jetzt schon mehr oder weniger gelaufen, Fest Contact Day, es gab eine Mission, Bodenmission auf Parvo und eine neue Mission im Weltraum über Parvo. Was uns zum Mal noch bevorsteht, ist die große Erweiterung Rise of Discovery, wo ja hier nur drin steht, ja Starships level with you. Das hatten wir ja schon mal bei einem oder zwei Schiffen, die aber auch nur eine Zeit lang mitgelevelt haben. Das scheint ausgeweitet zu werden, dass man hier Schiffe hat, die vielleicht auch bis zum Ende durchleveln. Und dann ist hier nochmal ein Extra für die Konsole genannt. Weiter wird hier zu diesem großen Update nichts gesagt. Stattdessen wird hier noch erwähnt, dass im Juni ein begrenztes Event stattfinden wird, wo man dann Schiffe erhalten können soll. Und zwar Zen-Store-Schiffe, dadurch, dass man Events spielt. Und im Juli dann schließlich das alljährlich stattfindende Lulunat-Festival, was hier ein bisschen enttäuschend ist, ist, dass es wieder, dass die Schiffe jetzt scheinbar wiederholt werden. Hier erstmal mit der Risanischen Corvette, allerdings hier mit einer T6-Version. Die Risanische Corvette, die man da bisher bekommen konnte, war ja eine T5-Version. Ja, es gab ja vor kurzem auch einen Livestream mit unserem deutschen Community-Manager und darauf aufbauend hat es diverse Gerüchte gegeben. Zum Beispiel, dass es andere nicht näher bezeichnete Möglichkeiten geben soll, an Zen-Store-Schiffe zu kommen. Gut, wir sehen im Juni schon durch Events, aber ich konnte natürlich diese aufkommende Gerüchteküche nicht einfach so stehen lassen und habe einfach mal ein bisschen recherchiert, um zu schauen, welche Informationen ich hier rausfinden kann. Das, was ich euch jetzt erzähle, das sind natürlich alles nur Gerüchte, teilweise ein bisschen bestätigt, größtenteils gar nicht bestätigt, aber an der einen oder anderen Sache könnte durchaus etwas dran sein. Diese Informationen können sowohl das große Update im Mai betreffen, es können aber auch Dinge sein, die völlig unabhängig von dieser Roadmap zu anderen Zeitpunkten erscheinen werden. Also, oder was danach, davor, ne, davor wahrscheinlich nicht mehr, was da so kommt und was vielleicht auch noch ein bisschen Bezug zu der Roadmap habe oder auch nicht alles offen. Ich gehe das einfach mal mit euch durch, was ich da rausfinden konnte. Und zwar, das scheint sich so ein bisschen auf dieses Juni-Update zu beziehen, da soll es so sein, dass es bestimmte gefeaturete Missionen geben wird, also TFOs oder SDS, wie sie dann so früher hießen, Einsatzkommando. Und dass es dann darüber möglich ist, dass man Coupons freischalten kann für Schiffe. Was allerdings völlig unklar ist, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass man sich damit jedes Zen-Store-Schiff holen kann. Das wäre mal eine große Überraschung, wenn das möglich wäre. Wenn das möglich ist, dann wird es wahrscheinlich mindestens mal nicht einfach sein. So, any Zen-Store-Ships, ja, Account-Unlock. Weiß ich jetzt nicht genau, was mir das sagen soll. Grundsätzlich sind ja die Zen-Store-Schiffe ja schon immer accountweite Freischaltungen. Da kann ich mir jetzt da gar nichts darunter vorstellen, was das am Ende bedeuten soll. Aber, was scheinbar schon feststeht, ist, dass mit diesen Coupons wahrscheinlich auch ein Geschenkesystem etabliert wird, mit dem es möglich sein kann, was ja bis jetzt nicht möglich war, anderen Spielern Zen-Store-Schiffe zu schenken. Das erlaubt möglicherweise auch Formate, sagen wir mal einen Star Trek Online-Stream. Die Leute schauen zu und sagen, hey, hier hast du mal ein Schiff, flieg mal, zeig mal oder sonstige Geschichten. Einen anderen Spielen Gang und Gebe. Hier war es ja nur in Teilen möglich. Ob es dann auch möglich sein wird, dass diese Schiffe nicht nur verschenkt werden, sondern vielleicht auch anderweitig gehandelt werden. Das könnte noch eine spannende Frage sein, die ich euch aber zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht beantworten kann. So, das Thema Schiffe leveln mit. Das hatten wir ja schon mal. Das, was es da bisher gegeben hat, da hat das Schiff eben nur zwar mitgelevelt, aber nicht komplett durch. Möglicherweise wird da dran etwas geändert. Darauf deutet nämlich eine weitere Information hin, nämlich, dass T6 Schiffe mit jemandem leveln. Also, es könnte Schiffe geben, die von Anfang an von T1 bis T6 oder von K1 bis K6 mitleveln. Es könnte aber auch so sein, dass man sich vielleicht ein K6 Schiff holen kann, das mit einem levelt. Ob das dann von Anfang an sein wird bis zur höchsten Stufe oder ob man dafür weiterhin ein gewisses Mindestlevel haben muss, um dieses Schiff einsetzen zu können. Das bleibt offen, aber es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man sich auch als Anfänger oder mit einem neuen Char sein K6 Schiff in den Einsatz begeben kann und das dann eben mit den entsprechenden Werten durchlevelt. Wäre eine ganz tolle Sache. Das bleibt mal abzuwarten, ob das am Ende auch so sein wird. So, dann soll es wahrscheinlich nochmal eine Preisanpassung geben für die T1 bis T5 Schiffe, weil ja insbesondere die T5 Schiffe schon noch einen saftigen Preis haben. Da werden wir mal abwarten müssen. Ich hoffe, das geht nicht in die andere Richtung, nämlich zu einer Preissteigerung. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dann eine weitere Neuigkeit, die überrascht wenig, nämlich, dass es neue spielbare Schiffe geben wird. Das ist ja laufend der Fall. Und das ganze Thema neue Schiffe wird wohl jetzt im April auch losgehen. Und da können wir mal überrascht sein, was uns da erwartet. Wir wissen es noch nicht genau, aber es gibt so ein paar Bestätigungen mehr oder weniger schon zu Schiffen, die uns hier erwarten können. Und zwar gibt es Bestätigungen zu einem Sektion 31 Schiff und zu einer Discovery D7. In welcher Form die kommen werden, ob als Kistenschiffe oder im Zen Store, bleibt mal abzuwarten. Ich hoffe, zum Wohle aller Spieler, dass das hier Zen Store Schiffe werden werden. DSC Conny Image. Ja gut, möglicherweise die Optik der Constellation aus der aktuellen Serie Star Trek Discovery. Da müssen wir mal gucken. Da scheinen die Hauptarbeiten schon abgeschlossen zu sein. Ja, also die Schiffe sind auf jeden Fall entweder schon fertig oder sind zumindest in der Mache. Allerdings weiß man halt noch nicht, an welcher Stelle die dann veröffentlicht werden. Auch wenn die schon fertig sein sollten, die werden sicherlich zu passenden Missionen oder Staffeln dann veröffentlicht werden. Und ich denke, dass hier das Thema Discovery uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Wobei hier noch die spannende Frage ist, ob und wie die neue Star Trek Serie mit Patrick Stewart alias Captain Picard möglicherweise in das Spiel integriert werden wird. Da kann ich mir die dollsten Sachen vorstellen. Möchte jetzt allerdings das Special auch nicht unnötig in die Lenke ziehen. All dieweil es noch weitere Informationen gibt. Wie zum Beispiel, ja das wissen wir natürlich schon. Rise of Discovery bestätigte Season 17. Und ja, dann gibt es noch Gerüchte, dass es ein neues Halloween Special geben soll. Da haben wir ja nun auch viele Jahre das gleiche. Und da soll es entweder eine Überarbeitung oder auch vielleicht eine ganz neue Version geben. Das habe ich hier auf Englisch stehen. Ich lese es mal im Original vor. Announced that work has begun on a new Halloween Festival. No real details yet another than they are looking at Catspaw. Toss episode for inspiration. Dividian haunted castles and things like that. Featured TFO with festival most likely. Also die Dividianer in einem verwunschenen Schloss. Also das könnte sich interessant anhören. Kerker, Verliese und so weiter lassen, grüßen. Ja, warten wir mal ab, was da kommt. Wird spannend. Entweder zu Halloween oder möglicherweise vielleicht, müsst ihr mal in den Kalender gucken. Vielleicht ja auch schon früher zum nächsten Freitag, den 13. Falls es denn da bis dahin noch einen geben soll, warten wir es mal ab. Gut, dann zukünftiger Content. Ich habe es gerade schon mal angedeutet. Dass mit Sicherheit noch weiterer Discovery-Content kommen wird. Wahrscheinlich oder möglicherweise zum Thema PK-Serie. Möglicherweise aber auch, es soll ja da eine Show geben. Die ist ja geplant von CBS. Und zwar eine Sektion 31-Show. Was auch immer das werden soll, dass wir hier möglicherweise auch noch eine Integration bekommen. Um vielleicht die Möglichkeit, sogar eigenen Story-Content als Sektion 31-Char zu bestreiten. Wenn das so kommt, dann hoffe ich, es werden nicht nur ein paar wenige Missionen. Ein neuer Char und vielleicht ein Sektion 31-Char-Rekrut oder was auch immer. Wäre aber natürlich möglich. Ich könnte mir da gut vorstellen, dass man vielleicht als Rekrut für Sektion 31 angeworben wird. Da ein eigenes Tutorial bekommt. Und ich hoffe aber mal wirklich wieder, dass man bei den neuen Einstiegen auch mal wieder was im Umfang von der Romulana-Fraktion auch liefert. Mit wirklich größerem Story-Content. Von dem Einstieg mit dem Discovery-Char war ich ein bisschen enttäuscht. Ich kann verstehen, dass man Personen, die über Star Trek Discovery erst an Star Trek herangeführt wurden, jetzt nicht mit dem regulären Einstieg quälen möchte, wo sie vielleicht keine Lust drauf haben. Also sei es jetzt der reguläre STO-Einstieg oder vielleicht Agents of Yesterday und solche Geschichten. Und das ist ja nach wie vor alles möglich, dass man gesagt hat, okay, wir bauen hier ein Tutorial und ein paar Missionen. Was mich aber gewundert hat, dass es schon gar keinen Discovery-Recruit-Event gegeben hat, woran auch immer das denn gelegen haben mag. Ja, mal gucken, was habe ich denn hier noch auf der schlauen Liste stehen? Steht da überhaupt noch irgendwie was drauf? So, dann wird überlegt, ob man vielleicht alte Abenteuer oder Kampfzonen, dass man da nochmal Updates macht oder dass man sich hier neue Mechaniken einfallen lässt und in das Spiel integrieren möchte. Auf jeden Fall ein großer Fahrplan, auch immer mal wieder alten Content zu aktualisieren, vielleicht auch zu löschen oder zu ersetzen. Da kommt ja immer mal wieder was vor, da dürfen wir gespannt sein. Ich hoffe, uns werden nicht so unvermittelt tolle Missionen weggenommen, wie das jetzt alsbald mit den Founder-Missionen der Fall sein wird. Hat Gründe. Will ich jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen, ob es Absicht war, keine Absicht, Personalmangel, ob der letzte, der es noch konnte, weg war. Oder was die offizielle Verlautbarung ist, dass man das ganze Personal zusammenzieht und sich auf den Haupt-Content konzentrieren lässt. Wobei man dann wiederum spekulieren könnte, finden die kein Personal oder haben sie nicht so viel Geld, um noch Leute einzustellen oder was ist wirklich passiert. Aber das sind alles reine Spekulationen. So, was haben wir denn noch? Dann könnte es so sein, dass die komplette Romulanische Storyline überarbeitet wird mit neuen Dialogen und neuen Cutscenes. Und möglicherweise könnte es sein, dass Romulanische Charaktere ein kostenloses T6-Schiff zum Leveln bekommen. Da gibt es natürlich keine Garantie, dass das auch wirklich passieren wird. Dann soll es tatsächlich so sein, dass einige Einsatzkommandos auf Grundlage des Feedbacks von Spielern überarbeitet worden sind. Da bin ich ja immer ein bisschen skeptisch. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Überarbeitung immer dann als Spieler-Feedback-Überarbeitung tituliert wird. Wenn denn eine Änderung mal zufällig auf etwas passen sollte, was die Spieler irgendwann mal geäußert haben. Aber ich hoffe natürlich, ich täusche mich da. So, dann soll es möglicherweise Updates an der Spielmechanik geben. Zum Beispiel, dass es einen eigenen Slot für Raumanzüge geben soll. Und zwar sowohl für die Spielercharaktere als auch für Brückenoffiziere. Was dann dazu führen würde, dass man ein tolles Komfortmerkmal, wie ich finde, nicht immer bei Bedarf zwischen den Rüstungen und den Raumanzügen wechseln muss. Sondern beides gleichzeitig mit sich führen muss. Spart dann auch ein bisschen Platz im Inventar. Ja, und so ganz nivellös, dass es mehr Raumanzug-Content geben soll. Was auch immer das bedeuten könnte. Aber wenn es mehr Inhalte geben sollte, für die man Raumanzüge braucht, dann ergibt das natürlich einen doppelten Sinn, dass es hierfür einen gesonderten Slot gibt. Und wenn dann man auch noch gleichzeitig in Kampfhandlungen verwickelt ist, möglicherweise, das ist noch so die Frage, ob man dazwischen umschalten kann. Oder ob die Panzerung dann gleichzeitig zu dem Raumanzug-Wirkung entfalten wird. So, dann möglicherweise noch irgendwelche Änderungen, was die Entfernung zum Gegner angeht. Da kann ich aber noch nichts genaues zu sagen. Dann ein Minimap-Ping-System. Was auch immer das bedeuten mag. Ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht sowas wie Quest-Richtungsweiser oder sowas geben sollte. Wer es vielleicht aus Neverwinter kennt. Da hat sich ja das schon gut etabliert, ob man das braucht oder haben möchte oder nicht. Bleibt mal im Raum stehen. Vielleicht wird es ja auch ein abschaltbares Extra. Das bleibt an der Stelle einfach mal abzuwarten. Ja, das ist es an der Stelle auch schon mit den Neuigkeiten zum First Contact Day gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet die Informationen interessant. Und wenn es euch gefallen hat und ihr es interessant fandet, dann lasst doch gerne auch mal einen Kommentar da. Da könnt ihr auch noch Fragen stellen, diskutieren. Können wir gerne darüber reden. Und mal gucken, ob wir hier dann auf Basis weiterer Informationen vielleicht ein bisschen näher an die Wahrheit kommen. Und ich bin gespannt, was und wann dann da tatsächlich in welcher Art und Weise am Ende umgesetzt wird. Ja, und wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Teilt das Video gerne, empfiehlt es weiter und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und wenn ihr schon mal dabei seid, klingelt auch gerne das Glöckchen unter dem Video. Weil dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video veröffentliche oder eine Premiere plane. Oder auch nun immer mal wieder hin und wieder stattfindende Livestreams. So, wir haben heute den First Contact Day, 5. April 2019. Und der nächste Livestream, der ist bereits morgen geplant. 6. April, 14 Uhr. Da könnt ihr euch auf dem Kanal auch gerne schon mal vormerken. Ich verlinke euch das hier auch in den Infokarten. Dass ihr euch das gerne anguckt, mitchattet. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Samstag, 6. April, ab ca. 14 Uhr. Und da werde ich auch das erste Mal testen, gleichzeitig auf YouTube und Twitch zu streamen. Zu dem Zweck muss ich leider die Qualität auf YouTube ein bisschen runterschrauben, weil Twitch das sonst nicht mitmacht. Da könnt ihr mir dann bei Gelegenheit auch gerne ein Feedback dazu da lassen. Gut, das soll es nun aber wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.